Immer wieder erreichen mich Zuschriften oder auch Kommentare mit Fragen und unter anderem war da eine ganz besondere Frage dabei und zwar kann man einen Anpassungsclip mitverwenden, wenn man einen Multicam-Schnitt macht und dazu kann ich nur sagen ja, allerdings nicht so wie wir uns das klassisch vorstellen. Was ich damit meine, schauen wir uns nach dem Intro an. Mein Name ist Robert und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Wie schon gesagt, es geht um die Frage, können wir bei einem Multicam-Schnitt mit einem Anpassungsclip arbeiten. Ja, das geht allerdings nicht so klassisch wie man das kennt, sondern etwas anders. Klassisch wäre es ja so, wir haben jetzt angenommen hier zwei Clips drinnen, die liegen übereinander, wenn ich jetzt hier einen Anpassungsclip reinsetze und ich nehme jetzt einfach mal hier die Farbe Schwarz-Weiß drauf, also Mono, dass das Ganze Schwarz-Weiß wird, dann haben wir das Problem, wenn ich jetzt die eine Spur ausschalte, hat auch der untere Clip diese Farbe und das will man ja nicht. Und dazu gibt es einen ganz einfachen Weg, indem ich das Ganze jetzt mal hier rausnehme und wir eröffnen jetzt neue Sequenzen. Drei Sequenzen für jeden Clip, eine einzelne, also drei Stück. Eins, zwei, drei und eine Master-Sequenz. Dann habe ich jetzt hier vier Sequenzen, die benenne ich jetzt um. Jetzt habe ich die Sequenzen umbenannt und in die Sequenz Cam 1 nehme ich jetzt den ersten Videoclip und in der Sequenz Cam 2 nehme ich den zweiten Clip rein. Und unter Cam 3 nehme ich den dritten Clip rein. Und jetzt gehe ich wieder in die Kamera 1 zum Beispiel und sage, die Kamera 1 soll im Originalbild bleiben. Die Kamera 2 möchte ich jetzt mit einem Anpassungsclip versehen und ich mache jetzt hier einfach den Effekt Mono drauf, dass das Ganze Schwarz-Weiß ist. Bei der Kamera 3 möchte ich auch einen Anpassungsclip reinmachen und hier nehme ich jetzt das Farbrad drauf und ändere jetzt einfach hier die Ansicht, nur dass man sieht, wie das Ganze dann aussieht, dass da ein Unterschied besteht. Und jetzt gehe ich in meine leere Sequenz Master und anstatt, dass ich mir jetzt hier einen Videoclip reinziehe, ziehe ich mir die Sequenz von der Kamera 1 rein. Die Sequenz von der Kamera 2 und 3 markiere ich, rechte Maustaste, Multikamera-Synchronisation, nach Audio synchronisieren. Okay, jetzt dauert es einen Moment. Jetzt hat er das synchronisiert und wenn ich jetzt auf die Taste F8 drücke, dann befinde ich mich im Multicam-Schnitt und wir sehen hier gleich die richtige Darstellung. Hier habe ich meine drei Darstellungen, Originalbild in der Kamera 1, hier habe ich es schwarz-weiß und hier habe ich es verfärbt und die kommen sich nicht gegenseitig in die Quere, weil sich das immer nur auf die Sequenz bezieht. Anders wäre es, wenn ich jetzt hier in diese Master-Sequenz einen Anpassungsclip reinnehmen würde, dann würde sich das auf alle Bilder wieder auswirken. Aber so wie jetzt mit einzelnen Sequenzen wirkt sich das immer nur auf die einzelne Sequenz aus. Das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Robert. Ciao, euer Robert.